Ja! Ich denke, wir müssen uns da festhalten genau. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt beide irgendwie hier nach unten kommen. Ha, dass ich immer den falschen Knopf erwische! Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Wir müssen jetzt hier nach oben. Oh Gott! Nicht runterfahren! Bitte! Komm, was ist das? Ich habe da drüben was gesehen. Darin sollten wir am besten auch nicht fallen. Ich muss nicht kurz anders ein bisschen hinsetzen, so. Ich weiß nicht, müssen wir hier weiter? Boah, könnt ihr bitte... Danke! Jetzt ist nur die Frage, wohin? Also hier durchpassen wir schon mal nicht, das ist klar. So. Ja, los, 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 das schaffen wir. Boah, ist ja wie ein Labyrinth hier, ey. Das ist unglaublich! So. Wartet kurz. Der Kleine muss auch mal eine Pause haben, sonst mag der irgendwann nicht mehr. Boah, Leute. Ich glaub gar nicht, wie anstrengend das ist, ne? Ich muss jetzt zuerst gucken, wo wir das Teil hinbringen müssen. Ich glaub doch nur schwer, oder? Ey, ich bin grad so zusammengezuckt, ohne Scheiß, Leute. Ich hab nicht erwartet, dass das funktioniert. So. Wir sind drüben. Hier müssen wir wieder Teamarbeit leisten. Dann, nein. 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 Aber das ist... Oh Gott. Junge, bitte fall einfach nicht runter. Nächster. Ich bitte dich, fall einfach nicht runter. Hier hat es gespeichert. Gut. Freut mich. Geh einfach ein bisschen von diesem Rand weg. Dieses Spiel kennen wir ja. Oh Mann. Ich vergesse immer, dass man das festhalten muss. Dieses Trottel. Jetzt schön nach oben klettern und ja, nicht loslassen. Das ist dieser Tod. Haben wir das Wasser jetzt gerade gestoppt? Ja, tatsächlich. Wir verlieren zu viel Zeit. Also, ich verliere... Der Riese ist wieder da. Hallo, Riese. Tut mir leid. Aber ich finde den Riesen so cool. Ich glaube, ich will aber zuerst hier runter. Ich finde die... Ich finde das so cool. Ich glaube, wir müssen sogar... Auf die andere Seite. Ich will mal gucken, was hier oben ist. Okay, wir kommen auf beiden Seiten da noch um. Süß. Also, der Kleine ist wirklich süß. Der große Bruder ist natürlich auch süß. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Sonst verreckt uns der... Äh, Entschuldigung. Sonst stirbt der Vater. Ich wollte das gar nicht sagen. Ist das unser Freund der Riese oder ist das jemand anders? Das sind andere. Leute, ich glaube, die sind gefährlich. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Bis wohin müssen wir? Ich habe keinen Bock zu sterben. Ja, kein Bock zu ist. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich habe keinen Bock예요. Ich habe keinen Bock, dass man hier mitwir想 kann. Ich habe keinen Bock für ein Riese. Okay, schön aufbehalten. Okay. Ich will nicht, dass jemand von diesen zwei stirbt, darum spiele ich gerade so vorsichtig. Hör doch auf! Muss ich jetzt wirklich die ganze Zeit reden? Okay. Okay. Er kann es jetzt wieder zumachen. Während er mal fährt, kann ich ja mal da rüber. Okay, vielleicht doch nicht da drauf stehen. Was habe ich jetzt getan? Bin ich auf die falsche Seite? Oh nö. Er kann einfach da rüber springen. Ah! 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 und zack wir haben beide Heiler rüber gebraucht Junge könntest du danke ich haben ich habe ein kleines Verwechslungsproblem nein nein du sollst oben bleiben einmal Hepp ein bisschen aus der Seite das boah zum Glück können die so weit springen und mein Kletterproblem ist wieder da yeah